So, da la. Jetzt sind wir wieder da. Hauptquartier. Wir machen ein bisschen Story Quest jetzt so. Mittlerweile bin ich jetzt schon in Korallenhochland angekommen. Hier. Ist mir schön da? Äh, nee. Hier. Ne. Und wir müssen jetzt da einen... Au, Lu, Mu. Äh, killen. Keine Ahnung, wenn man das ausspricht. Aber ist ein komischer Name. Aber schauen wir mal, ne? Gutschein. Wir werden den Gutschein nutzen, glaube ich. Mal gucken, was die uns da bringt. Kant geben. Okay. Aufbrechen. Los geht's. So. 50 Minuten haben wir Zeit. Äh, wir werden uns stärken. Oh ja. Schiffkochmenü da. Oh ja. Ja. Sehr gut. Nom 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 nom. Die Katze immer frisst. Hermikisch, ne? So. Gebufft sind wir jetzt. Und dann schauen wir mal los, ne? Mhm. Mhm. Blitzkappel sind. Okay. So. Los geht's. Ah, verdammt. Äh. Ah, das kann man jetzt nicht ändern. Ich habe eher einen Kleider bekommen. Da kann man anscheinend herumfliegen irgendwo. Aber wir nehmen mal die Pferde auf. Brauche ich eigentlich noch ein paar Monster. Kleinere. Mal gucken. Oh ja. 20 von. Okay. 21. Sehr gut. Wir kommen ja nur. Kein Problem. So. Und ihr auch. Haben wir die auch mal mitgenommen, ne? Die Mittel ausweiten. Die brauchen wir auch noch. Warmer Pelz. Sehr gut. Und Fußspuren. Das ist sicher von unserem Freund. Pflanzen. Ja, wie gesagt, ihr weiß jetzt gar nicht, was wir noch brauchen. Für die Nebenaufgaben. Nebenaufgaben. Wir haben schon die Fußspuren. Wo die uns hinfuhren. Okay. Kommunikationsfälle ist aufgetreten. Das ist immer sehr schön. Wenn man online spielt. Aber ich weiß nicht, warum oder woran es liegt. Genau. Und die Pflanzen sind doch cool. Sinken einfach im Boden. Fußspuren. Mal hier was. Okay. So. Die Fußspuren. Neue Fußspuren. Mal schön Material mitnehmen. Ja. So. Das auch. Schleidermaterial. Verdammt. Wir haben dann alte Fußspuren. Stufe erhöht. Sehr gut. So. Und der dürfte Partner der Nähe sein. Muscheln. Das sind neu. Das sind neu. Schablonen haben wir kommen. Aber nicht entlang hier entlang. Hier entlang schön. Wie komme ich jetzt hier rüber. Italien. Italien vielleicht. Aui. Puh. Knapp. Gibt es hier was? Ne. Oh. Ruck. So. Größere Probe. Federn oder so. Hm. Honig. Ist auch richtig. Ein Megatrank. Okay. Hier sind schon ein paar Monster. drauf. Hm. Oh. Der Muschel. Schön ist er, Mann. das wäre die Kröte, Schlafkröte, okay, oh, das wurde jetzt nichts, aber egal, was geht's los, wie der aussieht ja, hier geht es gut, okay da ist es, ne so, 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 so schrei doch nicht so oh, so, 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 so egal 2, 3, 4, 5 was ist denn da mit mir, das ist komisches Leuchten, wir sind sauber, aber das war aktiviert, keine Ahnung na warte, du kriegst das zurück, du schmeißt ein paar Steine auf dich oh, oh, komm weg, Alter, das gibt's ja nicht, ne so, hörte witzig aus, ne, das fühle ich eigentlich, ja, aber schwierig zu mal kriegen, ne, mein Charakter ist doch ein bisschen unbeweglicher ultra belieblicher Ne, 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 nee jetzt hebt er ab, Schal schal material sehr gut der kollege braunschweig ist schon vorgelaufen wie komme ich jetzt da hier hoch das ist das ehrgeliche in dem gesprungen so jetzt aber nein land so jetzt ja wieder da sind hier katzel ja schon fahrt am fahrten na so dann kann 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 auf zu schreien das special noch so genau vorwärts Spuck auf mich. Scheiße, der ist richtig daneben gefahren. Ärgerlich. Alter. Fällt das an. Schau dir das an. So. Können wir kurz schleifen. Einer mir lässt, ne? Ne, lässt mir nicht. Okay, dann ziehen wir uns einen Megatrank rein. Dann, probier. Willst du aufhören? Wo ist er? Häuser. Okay, jetzt kann ich schleifen. So. Ah, der Wolfgang ist auch dabei. Da. Und das jetzt so. Was war das bitte jetzt? Spuren. So. Ich bin aus der Puste. Klar. So. Jetzt aber. giving. Ja, der sitzt richtig schön. Der. Ja, die Convoy ist super. So. 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 Ablaufendes Z. Und dann nochmal. Oh. Schade. Oh. Oh. Oh la. Ne. Schade. Gläudermaterial. Steine. 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 Und rein da. Ne. Mach den. Mach den. Mach den. Mach mal. Da nehmen. Schade. So. Ja, da vorne ist ein Material. Das ist ein Netzen, ne? Oh, ich bin das sofort auf, ne? So. So. Jetzt ist er fällig. Hoppla! Muss ich wirklich dann nach oben? Nee, kann auch klettern, sehr gut. Jump! 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 Ich weiß nicht, irgendwie ist die Framerate nicht so richtig gut. Und so springt sie runter auf 48. Oh Mann. So, Pompons leere. Wo ist denn das? Okay. Nee. Ja, guck mal. Da kommt jetzt noch einer, drei Dritten. Ja, ja. Da lalala. Gut geschafft. So, Waffe weg. Looten schnell. Kopf schnellen. Nein. Pelz. Gewebe. Haben wir da noch? Noch ein Pelz. Was ist das? Ich glaube schon, ja. Ja. Und somit haben wir die Quest erledigt, ne? Sehr gut. Ich bin so ein tapferen Helfer. Also da da lalo ist, ich bin zu spiel gekommen. Äh. Gildenkarte. Fangen. Schicken. Ach, schade. Hm. Hat doch gepasst, ne? Können wir schöne Belohnungen. Was haben wir da schönes? Gewebe. Schuppen haben wir schöne. Schuppen haben wir schöne. Drei Stück. Fels. Schuppen. Was? Ich glaube, da kann man schon was machen damit, ne? Ja, bitte. Kommen wir gleich zur Schmiede da rüber, ne? Hm. Mhm. So. Genau. Entledigt. Expedition zurückkehren. Zurück. 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 Genau. Schatzkiste. Schenk die Sachen wieder reinlegen. Man ist schon richtig fleißig am Sammeln. Ja. Wie ist denn das Schwein eigentlich? Ja. Okay. Okay. Zeichen. Mhm. Kleidung ändern. Outfit ändern. Wie haben wir das für Outfit eigentlich? Outfitfarbe. Und ein. Hochhebel. und ein. Was machen wir mit dem Schwein? Geniale. Aber mit. Ja, das war mit. Jetzt fischen wir wieder rauf. Und da da da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. ja jetzt mit der kleinen hier abgeschmiert im spiel wir schauen neue ausrüstung ich bin mir unschlüssig ne da brauchten wir solche münzen gestern die zwei sachen könnten wir rein theoretisch machen eine belobigung bekommt man die am besten ok ja so besser ist dann auch auch nicht Wir haben auch keine Materialien noch, hier weiß ich gar nicht, aber die Waffe haben wir, okay da fehlt uns auch einiges noch, mhm, die sind ausgerüstet, okay, okay das war's einmal, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, tschau, mit V.